recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft zusammenspiel und zwar ganz alleine ja knolle hat gesagt er kommen wir mal wieder weil er michael friedrichs danach fragte aber momentan ist er gerade verhindert wir ach so wir wollten da hinten weiter bauen wo ich weggelaufen bin hier wollten wir weiter bauen so kann man gleichzeitig auch zwei rein machen glaube ich glaube den krieger nachher dadurch nicht weg oder doch müsste eigentlich noch so klappen so ich glaube das kann jetzt noch braun kann ich eigentlich mit zenten hey passt doch was nicht das ist ein stein zu viel oder der muss da oben bleiben gut aber hier der stein denke ich doch direkt mal oder müsste gehen und dann geht es hier weiter und da kann auch noch was hin oder ist falsch ne da muss es hin oder egal bauen wir dann ab und stufen aber wir haben nur acht sehe ich gerade die reihe musste da gar nicht hin sehe ich auch schon das hat ja auch wieder gut geklappt der fehlt das ist falsch gelaufen ist darunter gefahren oder das ist falsch gelaufen ist Vielen Dank. So, da unten ist noch einer hingefallen. Alles schön aufheben, haben wir gemacht. Gut, dann fehlt es uns jetzt an Holz. Stufen? Nee, fehlt es uns gar nicht. Wir haben noch 64. Gut, dann geht es weiter. Gut, okay. Dann da weiter. Passt. Nee, die kann ich wirklich lassen. Stufen rausgesucht. Angesetzt. Die ist verkehrt. Die auch. Da haben wir gerade Shit gemacht. Da müssen wir vorher stehen. Damit es richtig klappt, ne? Gut, die Seite ist fertig. Dann können wir da drüben erstmal gleich weitermachen. Ja, haben wir da den Sand nicht abgebaut, ne? Müssen wir noch machen. Hier unten auch noch was? Ja, ich glaube, wir haben was falsch gemacht. Dann müssen wir noch einen abbauen wieder, damit wir da runterkommen. So, dann können wir den Sand auch wieder zurück, ne? So, passt's. Gut, und ja. Die Truppe kriegen wir da nicht wieder hin, ne? Hat ja wieder gut geklappt. Die Stufe kann ich da jetzt nicht hinbauen, ne? Okay, so muss das. Eigentlich gehen, oder? So. So hat's geklappt. Okay, dann machen wir da hinten weiter. Und jetzt haben wir sogar mehr Sand als vorher. Ja, das wird schwierig, da. Oh, das war nicht so gut. Ja, dann müssen wir wieder hoch, ne? Aber da kann ich nicht drauf, ne? Oh, ne? Komme ich nicht hinzubauen, ne? Ne. Okay, dann müssen wir da hinten hoch. Ist das hier richtig? Ich glaube, hier geht's, oder? Oder auch nicht? Doch, geht. Hier passt schon. Die Sonne wird abbauen, ne? Gut. Na, komm, über den Weg da schon langlaufen, da kann man jetzt auch grad mit Stufen ausfüllen, ne? So, auf ein neues. So, wieder Stufen auswählen. Passt. Ja, wie machen wir da weiter? Gute Frage, ne? Da lang. Krieg ich dann da überhaupt eine Stufe passend hingesetzt? Gute Frage. Nächste Frage. Oh, sieht sogar gut aus. Gut. Das hat funktioniert. Da haben wir's auch. Jetzt müssen wir erst wieder abbauen. So, kriegen wir das hier auch wieder gut abgebaut. Da hinten mal, können wir wegbauen, aber... Na, die krieg ich auch noch nicht. So, auch weg. So, jetzt muss ich aber erst runter, sonst sind die da unten alle gleich weg. So ein bisschen Erde brauche ich noch. Schnell um die Ecke und alles angesammelt. Gut. Da ist alles weg. Hier vorne an der Dachkante haben wir noch was. Ist aber noch reichlich zu verbauen. Das war nix. Wieso sitzt denn da ein Klotz, weiß ich auch noch nicht. Okay, das hat geklappt erst mal. Was sieht das da aus? Da ist noch Sand. Der muss überall weg. Ne, passt schon. Falsche Taste. Gut. Ja, machen wir da auch noch ein. So. Okay, dann legen wir da los. 14 haben wir noch. Und da fällt wieder einer. Egal. Wir müssen mal essen. Und hier ist irgendwie ein Dach über uns. Gut. Jetzt sind wir auch schon wieder weiter. Aber jetzt brauchen wir erst wieder Holz. So wie das aussieht. Und essen müssen wir auch was. Gut, was machen die Bäume? Wachsen und gedeihen. Oh, da regnet's. Hier nicht. Interessant. Da ist nur eine kleine Stille, die da regnet. Aber wie sehe ich das? Ja, der wächst irgendwie auch nicht so richtig. Und wie sieht's hier aus? Ja, da ist ein bisschen mehr geworden auf jeden Fall. Ja, da müssen wir dann abernten. Gut. Gut. Aber wir gucken grad erstmal noch, wo wir das Essbares haben. und zwei Äpfel. Und was ist das? Weizenkörner? Ne, die brauchen wir nicht. Aber das hat jetzt nicht so wirklich gereicht, ne? So, mal gucken. Hier können wir mal... Geht. Was ist da oben? Achso, das waren Regentropfen. Was ist da oben? Achso, das waren Regentropfen. Das ist interessant. Ich glaube, einen Apfel habe ich schon gekriegt, aber... irgendwie kein... Kein Bäumlein mehr. Das wäre viel wichtiger auch gewesen, ne? Apfel habe ich noch gekriegt. Ja, einen brauchen wir noch. Hat das jetzt damit zu tun gehabt, dass wir... sag schon, äh... den Baum in der Hand hatten, dass keine Bäume runter fehlen. Jetzt habe ich zwei. Interessant. Vielleicht ging es mit dem Baum gar nicht, einen Baum zu kriegen. Da ist noch was. Okay. Eigentlich wurden wir schon längst angehalten haben, ne? Aber... dann hat die Folge halt über Länge. Jetzt haben wir immer noch zwei Bäume, ne? Ich hätte gern vier. Ich hätte gern vier. Drei haben wir. Da kommt einer noch. Da kommt einer noch. Ja, wir müssen hier sowieso gerade was aufstocken. Weil... die wollte ich noch gerade abbauen. Da war der fehlte. Ja. Also alles gut. Dann gibt es hier noch einen Baum. So, den haben wir gepflanzt. Beide wieder weg. Und dann erstmal alles gut. Ja, würde ich sagen. Dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.